Hi Leute, ich bin Nico und heute schauen wir uns das Verb Wissen im Konjunktiv 2 an. Der Konjunktiv 2 wird vom Präteritum abgeleitet. Ich wusste bedeutet auf Englisch I knew. Wusste ist Präteritum. Präteritum benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Ich wüsste bedeutet I would know. Und jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Los geht's! Ich wüsste gerne seinen Namen. Oder anders gesagt, es würde mich interessieren, wie er heißt. Ich wüsste gerne, wo er den Anzug gekauft hat. Wenn ich das wüsste, würde ich mir den gleichen Anzug kaufen. Wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es dir sagen. Wenn wir wüssten, wie das Wetter wird, würden wir besser planen können. Es wäre einfacher, wenn wir wüssten, ob am Samstag die Sonne scheint oder ob es regnet. Wenn wir wüssten, was seine Lieblingsfarbe ist, wäre es einfacher, ein Geschenk für ihn zu finden. Wenn wir wüssten, ob er zu Hause ist, könnten wir kurz bei ihm vorbeifahren. Wir wüssten gerne, ob er uns verziehen hat. Dann hätten wir den Mut, ihn anzurufen. Katrin wüsste gerne, von wem die Blumen sind. Sebastian wüsste gerne, ob Anna schon gelandet ist. Wenn ihr wüsstet, was wir wissen, wärt ihr ganz schön baff. Baff ist umgangssprachlich. Wenn ihr baff seid, dann seid ihr ein wenig überrascht und wisst nicht, wie ihr reagieren sollt. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich ihn auf frischer Tat ertappen würde. Jemanden auf frischer Tat ertappen bedeutet to catch someone red-handed. So, jetzt wisst ihr, wie ihr den Konjunktiv 2 mit dem Verb Wissen bildet. Es war sehr schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Ciao!